Hallo Herr Kamassi, hallo Frau Fernandes. Sie sind vom Franchise-System Joey Champs. Herr Kamassi, Sie sind der Geschäftsführer. Was können Sie denn zum Geschäftskonzept von Joey Champs erzählen? Das Geschäftskonzept ist ganz einfach. Wir haben eine Sportbar, eine der größten in Deutschland. Mittlerweile sind es mehrere. Wir haben hier drei Stück. Das System geht um Essen und Trinken, Fun, Food und Sport. Und sehr wichtig bei uns, ganz groß ist der Sport. Wir zeigen alle Sportarten der Welt direkt und live über mindestens 40 Fernsehänge und drei, vier Leinwände. Das heißt, da haben Sie in der ersten Reihe den besten Platz, um egal welcher Sport, ob das Formel 1 ist, ob es Fußball, ob es American Football und Boxen, alles bei uns live. Und was bietet das gastronomische Konzept? Was kann man bei Ihnen essen? Gastronomisch haben wir ein amerikanisches Food. Wir haben einen traumhaften, typischen amerikanischen Burger. Natürlich kriegen Sie beim Joe Champs. Rips kriegen Sie auch ein Subzent. Chicken Wins, sowie auch American Pizza, sowie auch Kleinigkeiten, die wir tagtäglich zubereiten und frisch zubereiten. Frau Fernandez, wenn man sich für Ihr Unternehmen interessiert und gerne Franchise-Partner werden möchte und bei Ihnen anruft, dann landet man bei Ihnen. Was können Sie denn dann den Existenzgründern erzählen zu Joe Champs? Was muss man für Qualifikationen mitbringen? Also man sollte in erster Linie schon aus der Gastronomie kommen. Das heißt, man muss jetzt kein gelernter Koch oder Betriebswirt sein, aber schon halt Fachwissen der Gastronomie haben und auch die Liebe zur Gastronomie. Und man muss natürlich auch Sportliebhaber sein, dass man da diese Kombination hat. Wenn ich dann Partner werde bei Joe Champs, wie werde ich denn dann weiter betreut? Gibt es da Leistungen vom Unternehmen? Ja, also wir helfen erstmal bei der Standortsuche, wobei in der Regel haben die meisten Interessenzen einen eigenen Standort. Wir schauen uns das dann an, ob das auch geeignet wäre oder nicht, weil Standort ist das Wichtigste oder auch einen wichtigen Punkt. Und wir betreuen dann weiter Marketing und Einrichtungen und so weiter. Da helfen wir weiter Kontakt zu den Partnern und so weiter. Da helfen wir mit. Herr Kamassi, wo sehen Sie denn Joe Champs in ein paar Jahren? Wo möchten Sie expandieren? Ja, es ist uns zu wünschen, natürlich wohne ich das ganz Deutschland. Und über die Grenze hinweg. Wir sind zur Zeit sehr begrenzt auf Köln, aber wir möchten gerne, dass es wirklich in jeder Großstadt mindestens ein Joe Champs ist. Und dann haben wir in Deutschland jede Menge Großstädte. Und da sehe ich gar kein Problem, wirklich so ein Joe Champs überall zu etablieren. Wir sind auch da, um den Franchise-Nehmer wirklich so zu stellen, wie unsere Betriebe, die in Köln sind. Da stellen wir ihm von A bis Z. Und dann muss er wirklich nur den Wille haben und beginnen zu arbeiten. Und dann betreuen wir ihn auf die gesamte Länge der Franchise-Vertrag. Tagtäglich, so wie auch in jeder Frage sind wir für den Franchise-Nehmer da. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihrem Unternehmen. Ich bedanke mich. Dankeschön. 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 Dankeschön.